ich steh über dir jetzt nicht mehr bist du der ja 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 los geht zwar du rollst du dich ab nach hier wow nein nein mein kopf vorhanden du müsstest eigentlich schon fast tot sein ja dem ist auch so ja scheiße du hellseher du hallo bist du will der schlägt mich einfach ja ja das zickel nein alter voll gespalten der wahre jedi meister ich krieg hier gar nichts auf die kette das gefühl macht hier gar keinen schaden irgendwie ja weil ich die ganze zeit blocke deine angriffe jetzt hab ich dich getroffen jetzt hab ich aber sowas von gesehen ja ich hab nur nach 60 und da ist mich schon wieder getroffen nein ich krieg die heiltat der hat mich jetzt weggeflext ja also direkt wieder ich hab dich wieder getroffen oh au ne tschüss wo bist du ach da du hast es geleckt ja ganz leicht oh gott nein oh gott äh wo ist er vor allem steht er wieder vor mir da da oh gott nein ich hab nur drei anleben ich komme Hä?! Weg ist er, ne? Spring mal und dann duck dich mal! crawling spring mal und duck dich macht mal so'n Looping Guesser Gekrittelt hab ich dich. Oh ja, das tat richtig weh, oder? Ich hab nur noch 3 Leben. Wieso hab ich immer nur 3 Leben? Das ist meine Lieblingszahlen. Oh! Hä? Am Bein weggesetzt. Über uns rollen einer wie so... Wie so du Rüdikas. Man sieht aus wie Spider-Man so ein bisschen, oder? Oder wie Superman. Hast du gesehen? Das war Klaus. Wow, den hab ich nicht getroffen. Du hast mich auch schon getroffen, was? Was macht denn hier der Spacken hier? Oh Gott! Oh, ich hab dich getroffen! Ja! Alter, du lebst ja noch! Nein! Oh mein Gott! Was ist Todes! Oh nein! Vor der epische Kampf! Ich hab dich! Ich hab dich geholt! Nein! Ich hab dich geholt! Der ist einfach runtergefallen! Da oben, er hat vergessen, dass er nicht schwimmen kann. Boah, verschwinde! Hier! Oh! 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 Was ist das? Hast du gesehen, Alter? Ich hab den zerstückelt, ist der runtergeflogen! Soll übrigens eine Anlehnung auf Jedi Academy sein, also, oder Jedi Knight, wenn du das kennst. Boah, ich hab'n weggemacht. Ich hab'n weggemacht einfach. Was ist denn jetzt hier los? Was ist denn jetzt hier los? Was! Hatten Sie ihn! Schlüppelkampf, vier! Woah, ihr fliere viel Khaled! Hohoho, hoho! Das geht ab! Gaulich. Oh, den hab ich schreck gemacht. Nein, oh Gott, nein! Nein! Fuck! Ich lache damit, das Lichtschwert immer. Ich lache. Ja, und jetzt. Und du? Nein! Boah. Der ist so dumm. Er ist runtergefallen. Alter, what the fuck? Ich höre, mir steht der nebenbei. und da fliegt man vielleicht ich hab dich ja der mit dem grünen schlitz richtig gemein sein richtig gut alter ist der komplett grüne Typ das hat der genommen ja ich hab ihm auch schon gesagt ist das die Superman oder? ich glaub da war am Rücken geschlagen ey die Sau die ey uuuh Gott, du wollen den Fluss hä, wie bin ich jetzt gestorben? boah, ich ja kassiert richtig oh alter wait a minute fuck oh mein das ist doch drauf das ist da hier das ja aber Falschaden uff uff wie das denn? nein ich bin voll weg geflogen voll weit holy ich steh über dir jetzt nicht mehr ja ja genau und dann von hier aus dann rüber ja genau und dann von hier aus dann rüber wieso wieso? weil ich dich getroffen habe als ob oh alter ich bin voll weg oh nein nein Nein! Liegt doch. Versteh das nicht. Wow! WTF? Krass. Hä? Ich tanze jetzt mit einem Lichtschild in der Hand? Nein! Da hab ich den in den Arm weggesäbelt wieder. Wow! Nein! Du hast mich runtergeschmissen. Ich bin weggeflogen. Geiler Scheiß. Oh nein! Nein, ich will mal gewinnen. Wow! Ich hab den Kopf abgesäbelt. Oh nein! Ich bin weggeflogen. Hier noch immer mit Molotheit. Das war ein佳 Los, jetzt probier Euch. Na personal advisor, mit Begundun. Wir gehen nichtptic. Wir gehen nicht zum Aufkreiberesse. pathäuser?